Ja, terao und herzlich willkommen zu Baseball Verstehen. Wer wissen möchte, wer ich bin und was ich hier mache und was sind das hier eigentlich für Videos und was sollte man erwarten und was sollte man aber auch bitte nicht erwarten, das alles erkläre ich euch, erzähle ich euch in der Premieren-Folge. Also schaut es euch als erstes an. Jetzt geht es um eine unfassbar wichtige Position im Baseball, nämlich über den Pitcher. Und ich glaube, wenn man die Rolle des Pitchers versteht, dann bekommt man auch sofort einen viel besseren Zugang zu diesem Sport. Ich glaube, der Grund, warum Baseball ein Nischensport ist in Deutschland und in Europa, liegt auch daran, dass wir irgendwie im Kopf, als Europäer, als Deutsche, nicht wirklich diese Spielsituation verstehen, die es beim Baseball gibt zwischen dem Pitcher und dem Mann, der am Schlag ist. Und wenn man das versteht, dann kann man es doof finden, natürlich, bitte. Aber ich glaube, die meisten, die das verstehen werden, die sich damit auseinandersetzen im Kopf und sagen, okay, jetzt verstehe ich diese besondere Situation. Ich glaube, wer sich damit auseinandersetzt, weil es ist so fremd, das kennen wir aus allen unseren erfolgreichen, beliebten europäischen Sportarten gar nicht. Wer also diese besondere Situation des Pitchers versteht, bekommt einen viel besseren Zugang zu diesem Sport. Bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen spreche ich heute über die Pitcher. Da gibt es nämlich viele unterschiedliche. Und ich werde auch zum Schluss ein bisschen ein paar Worte verlieren zum Pitching über die Würfe, die dieser Pitcher wirft. Okay, also, lasst uns mal reingehen. Und natürlich gehen wir jetzt wieder ins Yankee Stadium. Und ich habe das in so vielen anderen Videos euch schon gesagt. Baseball ist ein Mannschaftssport. Ja, 9 gegen 9. Beim Fußball 11 gegen 11 und hier 9 gegen 9. Und 8 von den 9 Spielern, die in einem Team sind, die machen in einem Spiel beides. Die stehen in der Defensive und sie gehen aber auch an den Schlag und gehen in die Offensive. Nur einer nicht. Und zwar der Pitcher. Der hat eine besondere Rolle. Der bekommt ja auch einen eigenen Platz. Der steht hier auf diesem Mount, auf diesem kleinen Hügel. Und der macht in einem Spiel nichts anderes als nur in der Defensive sein und nur zu pitchen. Der geht nachher nicht an den Schlag. Habe ich euch in einem der Videos davor erklärt, was ein DH ist, ein Designated Hitter und so weiter. Darauf gehe ich jetzt hier nicht ein. Jetzt gehe ich nur auf den Pitcher ein. Was ihr noch einmal, das sage ich natürlich nicht für die, die Baseball eh schon lieben. Ja, die brauchen, die können gleich weiterklicken. Aber für die, die sich so jetzt neu damit mal beschäftigen. Was ihr unbedingt verstehen müsst, weil das ist völlig anders als beim Fußball oder Handball, Eishockey oder sonst wo. Oder American Football. Beim Baseball ist es ein Mannschaftssport und gleichzeitig konzentriert sich aber viel auf ein Duell. Nämlich Pitcher gegen Better. Der Mann, der wirft und der Mann, der am Schlag ist. Das müsst ihr euch vorstellen. Es ist zwar ein Mannschaftssport, wie hier. Man gewinnt und verliert natürlich nur gemeinsam. Aber alles fokussiert sich auf dieses eine Duell. Das ist wie beim Tennis. Das ist wie beim Boxen. Das ist wie bei einem Einzelsport. Nicht Mannschaftssport, sondern Einzelsport. One gegen One. Einer gegen einen. Darauf konzentriert sich so vieles beim Baseball. Und Menschen, die Baseball lieben, so wie ich, die finden genau das Geil, dass man natürlich weiß, am Ende gewinnt nur das bessere Team. Nur die, die am besten zusammenspielen. Das ist klar. Wie bei jedem anderen Teamsport auch. Aber während dieser mehr oder weniger drei Stunden hast du immer wieder Duelle. Und es ist so unfassbar wichtig, dass jeweils deine Mannschaft dieses Duell gewinnt. Entweder deine Mannschaft, die in der Defensive ist, am Pitchen ist und der Typ, der am Schlag ist, möglichst den Ball nie trifft. Oder wenn er ihn trifft, dann doof. Und natürlich, wenn du in der Offensive bist, dass du den Ball richtig gut triffst und dass du den Pitcher ausspielst. Darum geht es. Es geht immer um dieses Duell. Einer gegen einen. Und das macht diesen Sport so spannend. Und das führt auch dazu, dass wir natürlich auf jeder Position Superstars haben. Aber der Pitcher hat nochmal eine ganz, ganz besondere Position. Und der ist von allen Spielern, die da gehypt werden, nochmal derjenige, der noch am meisten gehypt wird. Weil es ist so unglaublich wichtig, dass unsere Pitcher gut funktionieren. Hier sehen wir Shohei Ohtani noch in seinem alten Dress bei den Los Angeles Angels. Und ab dieser Saison, ab der Saison 2024, spielt er ja für die L.A. Dodgers. Und er ist deswegen der super, super, super Star aktuell. Nicht nur, weil er ein unfassbar guter Starting Pitcher ist, sondern weil er auch die seltene Gabe hat. Und auch als DH, als Designated Hitter, auch noch an Schlag gehen kann und auch unglaublich gut in der Offensive ist. Das macht ihn so außergewöhnlich. Die aller, aller, allermeisten 99,5% aller Pitcher, die gehen nie an Schlag. Nicht mehr. Früher gab es das noch, aber, ne. Huckt euch die Premiere-Folge an. Ich erzähle euch jetzt nicht jedes Nerd-Wissen, weil das würde zu weit führen. Sondern ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt. Da würde ich sagen 99, keine Ahnung, 8% der Pitcher gehen nie an Schlag. Ja, da ist Showyo Tiny einer der ganz wenigen und dann macht er das auch noch gut. So, also. Pitcher sind unglaublich wichtig. Und jedes Team hat super viele Pitcher. Ich wollte euch jetzt mal hier die aktuelle Statistik der New York Yankees zeigen. Welche Pitcher sie in ihrem Team haben, es ist nicht möglich. Passt ihr hier nicht rein? Ich habe das schon kleiner gemacht. Und trotzdem, ihr seht es, hier sind so viele Namen, die hier stehen mit 100.000 Statistiken und wann sie geboren sind und wie auch immer. Also jede Mannschaft hat wirklich sehr viele Pitcher im Team. Und wir unterscheiden oder man unterscheidet erst mal die Pitcher grob in zwei Gruppen. Es gibt die Starting Pitcher und es gibt die Relief Pitcher. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Was sind Starting Pitcher und was sind Relief Pitcher? Nun, eine Saison, das habe ich euch ja schon erzählt, eine Saison ist lang. 162 Spiele spielt jede Mannschaft pro Saison. Es sind mehr oder weniger fünf Spiele pro Woche. Können manchmal sogar mehr sein. Ab und zu weniger, weil wenn es regnet, wird nicht gespielt. Also, das kann sich immer noch mal so ein bisschen verschieben, aber ich sage mal Pi mal Daumen, so plus minus fünf Spiele in der Woche. Und das bedeutet, du brauchst natürlich unglaublich viele Pitcher. So, aber die müssen unterschiedliche Rollen einnehmen. Und damit die schon mal kategorisiert sind, hat der Manager die Möglichkeit, und jeder Manager macht das natürlich, diese ganzen Pitcher, die du da hast, zu unterteilen in Starting Pitcher und in Relief Pitcher. Gucken wir uns mal die Starting Pitcher an. Jede Mannschaft announced, also gibt fünf Starting Pitcher bekannt. Jede Mannschaft gibt zu Beginn der Saison ihre fünf Starting Pitcher ab. Das nennt sich Starting Rotation. Wir nehmen jetzt hier das Beispiel der New York Yankees. Da ist auf eins gesetzt einer der absoluten Superstars im Baseball und natürlich einer der Superstars der New York Yankees, Garrett Cole. Dann auf zwei gesetzt Carlos Rodon. Dann auf drei gesetzt Marco Stroman. Auf vier gesetzt Nelson Cortez. Und hier auf fünf gesetzt ist, der Name wird mir jetzt hier gerade bei mir nicht angezeigt, aber es ist der gute Schmidt. So, also das sind die fünf Starting Rotation Pitcher der New York Yankees. In einer perfekten Welt pitchen die alle immer super und es verletzt sich niemand. Sollte man also von dieser perfekten Welt ausgehen, dann weiß man im ersten Spiel pitcht Garrett Cole, im zweiten Spiel Carlos Rodon, im dritten Spiel Stroman, im vierten Cortez, im fünften Schmidt und dann im sechsten Spiel wieder Garrett Cole, Rodon und so weiter. So kann man sich das angucken. Deswegen wissen wir manchmal schon Tage vorher, wir Fans, wir wissen manchmal schon Tage vorher, wer wird der Starting Pitcher sein, weil diese Rotation, die steht erstmal. Aber sie kann natürlich im Laufe dieser langen Saison immer mal wieder verändert werden vom Manager, das ist klar. Also entweder, weil vielleicht sich jemand verletzt, das kommt leider auch öfter vor, wenn jemand ausfällt für ein paar Wochen, für ein paar Monate oder es gibt so eine ganz besondere Verletzung, die dauert mehr oder weniger zwölf Monate, dann ist dieser Pitcher, wenn er die Tommy Jones Charity hat, dann ist der komplett ausgefallen. Und dann wird natürlich für einen verletzten Spieler ein anderer Pitcher reingesetzt als Starting Pitcher, das ist klar. Also im Laufe der Zeit verändert sich das immer. Ebenfalls kann es natürlich sein, dass, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, Carlos Rodon irgendwie völlig daneben pitcht, so wie in der letzten Saison, wirklich, wirklich schlecht. Dann guckt sich das ein Manager, also Manager ist ja mal der Trainer, dann guckt sich der Manager das ein paar Spiele an und dann sagt er, nee, komm, nee, den packe ich jetzt als Relief Pitcher in mir weg, aber als Starting Pitcher kommt jemand anders rein. Also im Laufe einer Saison endet das. Aber noch einmal, in einer perfekten Welt wäre es immer so, das sind die fünf und jede Mannschaft hat ihre fünf Starting Pitcher, das nennt sich Rotation, die sind dann in der Rotation und dann geht es immer so weiter. Warum sind diese Starting Pitcher so wichtig? Weil ihr müsst mal nicht das Spiel als solches sehen, sondern vielleicht mal euch die ganze Saison kurz vorstellen. Ein Starting Pitcher ist derjenige, der die meisten Innings pitcht. Noch einmal, Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Verletzt sich jemand während des Spiels oder ist jemand wirklich super, super schlecht, dann wird er auch mal eher ausgewechselt. Ansonsten, wenn alles halbwegs normal läuft, kannst du davon ausgehen, dass so ein Starting Pitcher ungefähr 100 Würfe wirft, also 100 Pitches macht. So, es gibt auch welche, die werden schon nach 60, 70 ausgewechselt und andere, die pitchen 120 und können immer weitermachen. Aber in der Regel kann man sich so das als goldene, ja, wie nennt man das, fehlt mir jetzt in jeder Sekunde das Wort. Also nehmt das mal so als kleine goldene Regel, ungefähr 100 Pitches. Und das bedeutet, auch das immer wieder abhängig, wie das Spiel läuft, das sind ungefähr 5, 6 Innings. Wenn man also bedenkt, ein Spiel dauert ja nur 9 Innings, dann pitchen die Pitcher mehr als die Hälfte. 5 Innings, 6 Innings, 7 Innings, da ist so ein Starting Pitcher, pitcht die meiste Zeit in einem Spiel. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, so ein Starting Pitcher, Garrett Cole, Carlos Rodon und wie sie alle heißen, die pitchen dann so im Laufe einer Saison, deswegen sage ich, ihr müsst an die Saison denken, die pitchen so vielleicht 200 Innings, 220, 240 Innings, so viel pitcht ein Pitcher mal 5, da sind wir schon bei 1000 Innings in einer Saison oder 1500 Innings in einer Saison. Das bedeutet, die Starting Pitcher, wenn man sich die ganze Saison ansieht, die pitchen mit Abstand die allermeisten Innings. Hast du eine starke Rotation, hast du 5 unglaublich gute Starting Pitcher, da kannst du davon ausgehen, dass du die meisten der Spiele gewinnen wirst, dass du wenig Runs beim Gegner zulässt. Und das bedeutet, deine Saison wird sehr erfolgreich, du kommst höchstwahrscheinlich in die Playoffs, in die Postseason und kommst weit in der Saison. Wenn du 5 starke Starting Pitcher hast, die ihren Job richtig geil machen und sie nicht verletzen, wow, ja, das ist mehr als die halbe Miete, das ist 3 Viertel Miete, ja. Anders hast du keine gute Starting Rotation, hast du keine guten 5 Starting Pitcher, dann wirst du, wenn die über 1000 Innings pitchen, dann wirst du viele von diesen Innings verlieren, du wirst viele Runs zulassen, das heißt, deine Saison wird höchstwahrscheinlich nicht sehr erfolgreich laufen und vergiss die Postseason und die Playoffs. Also deswegen, es ist super wichtig, dass diese 5 Starting Pitcher gut funktionieren, dass die stabil sind, dass die verletzungsfrei bleiben. Und deswegen, wenn du halt 5, 6 Innings pitch, wenn du 100 und mehr Pitches machst im Spiel, dann brauchst du auch eine Pause, dann muss dein Arm auch ganz besonders wieder behandelt werden. Ja, kommen die Ärzte, Physios und so weiter und Massagen und bla 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 und dann brauchst du auch ungefähr eine Woche, um wieder so fit zu sein, um wieder 100 und mehr Würfe werfen zu können. Also, ein Starting Pitcher spielt nicht jeden Tag, logischerweise, ich habe es gesagt, im Idealfall alle 5 Spiele, ungefähr einmal die Woche, aber wenn er spielt, dann pitcht er viel. So, übrigens, manchmal wird auch vom Ace Pitcher noch gesprochen, gerade jetzt, bevor eine Saison beginnt, ist ehrlich gesagt jetzt nichts Dramatisches, der Ace Pitcher, das Ass der Starting Rotation, der Superstar der Starting Rotation, das ist natürlich immer der Allererste, in diesem Fall bei den Yankees, Garrett Cole und der wird am ersten Spieltag als Starting Pitcher beginnen. Mit diesem Starting Pitcher gehen die Yankees dann in ihre Saison und das nennt man dann den Ace Pitcher, also der, der in der Starting Rotation als Erste steht und am ersten Spieltag auf dem Mount steht und seine Mannschaft hoffentlich zum ersten Sieg wirft und pitcht. Okay, das sind die 5 Starting Pitcher, die bleiben auch für sich und dann haben wir noch eine ganze Menge an Relief Pitchern. Relief Pitcher, das ist, wenn ihr so wollt, die Ersatzbank, das sind diese ganz vielen, die ich euch eben gerade gezeigt habe, die auch ins Spiel eingesetzt werden können. In jedem Baseballstadion gibt es einen Bullpen, das ist ein extra Bereich im Stadion, ich habe euch jetzt mal hier das von den New York Yankees mitgebracht, aber in jedem Stadion sieht es ein bisschen anders aus. Teilweise ist das sogar nicht in einem eigenen Cage, sondern mitten im Stadion. Die meisten Teams haben es mittlerweile in einem Cage und hier sitzen, irgendwo in diesem Bereich sitzen diese ganzen Relief Pitcher, diese, die reinkommen können ins Spiel. So, und ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, dass die Manager dann öfter so ein Telefon haben, wo sie dann mit irgendjemandem telefonieren, also meistens telefonieren die dann mit den Pitching-Coaches, die hier sind und die Manager sagen, pass mal auf, ich möchte, keine Ahnung, im nächsten Inning, dass der und der nachher pitcht, dass der den Pitcher, der jetzt auf dem Mount steht, entweder den Starting Pitcher oder schon einen anderen Relief Pitcher, dass der den ablöst. Und dann kriegen die hier Bescheid im Bullpen und dann wirft sich schon mal jemand warm. Maximal zwei Spieler können sich gleichzeitig warm werfen, die werfen sich dann schon mal warm, weil sie dann eingesetzt werden nachher im Spiel oder weil sie zumindest eine Option sind. Du kannst natürlich, wenn hier sich zwei schon warm werfen, das kriegt natürlich auch der Pitcher auf dem Mount mit. Also wenn ich jetzt der Starting Pitcher bin, wir sind erst im zweiten Inning und ich habe vielleicht schon ein paar Runs zugelassen, dann habe ich eh schon kein so gutes Gefühl. Wenn ich jetzt aber merke, der Manager lässt schon im Bullpen andere warm werfen, dann ist das noch mehr Druck. Dann heißt das, ey, hops, jetzt gibt wirklich alles volle Konzentration, sonst wirst du hier gleich ausgewechselt. Ja, also im Bullpen ist immer mal wieder Bewegung im Spiel und manchmal sieht man auch, und das ist auch das, was ich euch gerade erklärt habe, kann man auch andersrum genauso erklären. Daraus wird auch eine schöne Geschichte. Ich bin der Starting Pitcher. In den ersten ein, zwei Innings habe ich vielleicht schon vier Runs zugelassen. Ich bin nicht so gut drauf und bin verunsichert und ich merke, mein Manager lässt im Bullpen noch niemand warm werfen. Das ist auch ein Zeichen an den Pitcher, der da gerade im Spiel ist. Das ist das Zeichen des Managers. Ich glaube an dich. Du kriegst das Ding hier noch gebogen. Konzentrier dich. Du bist gut drauf. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir als Trainerteam. Wir vertrauen dir generell als Team. Mach dein Ding. Und deswegen werden manchmal auch Pitcher, nachdem sie vielleicht schlecht gestartet sind, nachher besser, genau weil niemand sich aufwärmt im Bullpen. Auch das kann passieren. Aber irgendwann wird der Starting Pitcher ausgewechselt. Zumindest in 99 von 100 Spielen ist das so. Es gibt ganz, ganz selten mal Spiele, wo ein Starting Pitcher so brillant pitcht, dass er vielleicht alle neun Innings pitcht. Gibt es immer mal wieder, aber es ist super selten. Meistens werden die Pitcher nach einer gewissen Zeit natürlich ausgewechselt. Und ich habe euch hier jetzt mal mitgebracht, was sind die Dinge, die heute in dieser Saison 2024 jetzt wichtig sind zu wissen, weil das war vor wenigen Jahren noch anders. Also Relief Pitcher kommen später ins Spiel und spielen müssen, also spielen mindestens gegen drei Spieler oder bis Ende eines Innings. Okay. Blick ganz kurz zurück. Nur damit ihr es versteht. Vor wenigen Jahren war es noch so, dass man unendlich viele Pitcher auswechseln konnte. Und wenn es wirklich hart auf hart ging in einem absoluten Spitzenspiel, dann war das oft so, dass die Manager gesagt haben, wenn, keine Ahnung, Spieler XY an den Schlag geht, halt, ich wechsle meinen Pitcher aus und dann nehme ich einen Pitcher, der gegen diesen Typ, der da am Schlag ist, richtig gut pitcht, ja, der da gute Statistiken hat, so, und dann hat der gegen den gepitcht und vielleicht erfolgreich, erfolgreich, nicht erfolgreich, ist ganz egal, und dann kam der Nächste am Schlag und dann wurde wieder ausgewechselt, kam wieder ein neuer Pitcher für den. Und das nervte natürlich, weil Baseball ist ja eh ein Sport, der schon plus minus drei Stunden lang ist. Und durch diese ständige Auswechslung des Pitchers war immer wieder eine Unterbrechung. Dann wurde das Spiel wieder unterbrochen, dann kam wieder Fernsehwerbung eingeblendet und im Stadion hast du dich wieder gelangweilt, weil da hat ja jemand drei, vier Mal geworfen und dann kam wieder der nächste Pitcher und war wieder fünf Minuten Pause. Das nervte, weil man wollte, dass das Spiel einfach schneller wird und nicht so viel. Das wird eh schon oft unterbrochen, das Spiel, aber man will es nicht komplett übertreiben. Deswegen hat man gesagt, pass auf, jeder Pitcher, der auf den Mount geht, jeder Pitcher, der ins Spiel kommt, muss mindestens gegen drei Spieler at bat pitchen oder zumindest das Inning beenden. Also wenn du jetzt einen neuen Pitcher da ins Spiel bringst und du merkst, der pitcht richtig schlecht, richtig schlecht, lässt ganz viele Hits zu, ganz viele Runs zu, kannst du als Manager, als Trainer erstmal nichts machen. Du musst warten, bis drei Spieler geworfen sind und dann kannst du ihn auswechseln. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch, dass vielleicht hat eine Mannschaft schon zwei Outs, dann wechselst du deinen Pitcher, dann wirft der nur gegen einen einzigen und dann ist das Inning beendet. Das gibt es natürlich, aber das macht für diese besondere Regel nichts, weil dieser Seitenwechsel nach drei Outs, den hättest du ja sowieso gegeben. Ob du in diesem Seitenwechsel dann deinen Pitcher wechselst, das ist dann wurscht, aber du hast nicht noch mehr Unterbrechung. Deswegen hat man diese Regel vor wenigen Jahren eingeführt. Mindestens drei Spieler werfen oder am Ende eines Index den Pitcher auswechseln. So, das vielleicht noch für euch zur Info. Jetzt kommen wir zu den Relief-Pitchern, also zu den Pitchern, die in der zweiten Reihe stehen, die natürlich auch wahnsinnig wichtig sind. Eigentlich sind es alles Relief-Pitcher. Da gibt es jetzt keinen großen Unterschied mehr, aber wenn ihr in das Videospiel MLB The Show guckt oder ab und zu ein paar andere Statistiken von Real-Life-Teams, dann seht ihr manchmal da diese Bezeichnung, die ich euch jetzt hier noch mitgebracht habe, Long Relief, Middle Relief, Setup und Closing. Was bedeutet das? Das will ich euch jetzt hier mal erklären. Also, dieser Wust, warte mal, ich gehe nochmal hin. So, diese Wust an Pitchern, die jedem Manager, jedem Team zur Verfügung steht, die musst du für dich natürlich ein wenig einordnen. Die erste Einordnung ist, okay, wer sind meine fünf Starting-Pitcher? Das ist natürlich erstmal das Allerwichtigste. Und dann siehst du dir den Rest deiner Pitcher an und dann gehst du mit deinem Pitching-Trainer, äh, Trainer, Trainer-Stuff und überlegst, okay, wen kategorisieren wir für uns intern ein? Wo sind die jeweiligen Stärken? So, ein Long Relief-Pitcher ist jemand, den du relativ früh einsetzen kannst und der viele Innings pitchen kannst, falls dein Starting-Pitcher dir abhanden kommt. Entweder, weil der Starting-Pitcher sich ziemlich schnell verletzt oder wo du merkst, um Gottes Willen, der ist so super schlecht drauf, der pitcht richtig, richtig schlecht. Wir müssen den schon nach dem ersten oder zweiten Inning auswechseln. Das ist heute ein gebrauchter Tag bei dem. Dann setzt du ein Long Relief-Pitcher ein, der also die Gabe hat, die Kondition hat, äh, möglichst viele Innings zu pitchen. Ne, also vielleicht schon ab dem zweiten, dritten Inning, wie auch immer. Das sind dann deine Long Relief-Pitcher. Middle Relief-Pitcher, das sind die, die ganz normal, sag ich mal, als erstes nach dem Starting-Pitcher folgen. Gehen wir wieder an mein Beispiel, ne, ihr wisst, das ist immer schwierig, diese Statistiken zu erzählen, weil es gibt immer wieder unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen, aber sagen wir mal, und ich glaube, das ist nicht so ganz unrealistisch, der Starting-Pitcher pitcht die ersten fünf Innings. So, wen nimmst du dann als nächstes? Und dann nimmst du meistens einen Middle-Relief-Pitcher, die kommen so, ja, wie gesagt, nach dem Starting-Pitcher so ungefähr fünftes, sechstes Inning, und pitchen da meistens ein oder zwei Innings. Das sind dann die Middle-Relief-Pitcher. Setup-Pitcher sind wieder die, die du ziemlich zum Schluss des Spiels einsetzt, aber noch nicht am Ende, das ist ja der Closing-Pitcher, zu dem komme ich gleich, sondern die Setup-Pitcher, die setzt du meistens erst einem siebten oder am achten Inning, die eine hohe Präsenz haben, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr so als 25 Würfe im Arm haben an diesem Abend. Also, wo du sagst, okay, mit denen können wir ziemlich gut rechnen, aber, also, die wollen wir aber nicht über eventuell mehrere Innings pitchen lassen. Setup-Pitcher pitcht meistens nur ein Inning, höchstens zwei. So, und dann sind wir beim Closing-Pitcher. Jede Mannschaft hat auch einen Closing-Pitcher, ist auch besonders beliebt immer bei den Fans. Die Closing-Pitcher, warte mal, habe ich hier nicht noch so, ne, komme ich gleich drauf, glaube ich. Äh, die Closing-Pitcher, ähm, 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 das sind in der Regel Pitcher, die Nerven aus Drahtseilen haben, ja, wo du sagst, die kann nichts aus der Ruhe bringen. Es sind nicht immer, nicht immer, aber oftmals Pitcher, auch schon mit viel Erfahrung, die vielleicht halt nicht mehr viele Innings pitchen können, die vielleicht nur noch so zehn, zwölf Würfe im Arm haben, aber die unfassbar schnell, unfassbar präzise und die sich von einer lauten Kulisse überhaupt nicht beeinflussen lassen. In der Regel. Das sind die Closing-Pitcher. Und die setzt du nur ein, wenn du mit deinem Team führst, aber du führst knapp. Du führst knapp. Du führst, keine Ahnung, vier, drei. So, neuntes Inning. Dann setze ich meinen Closing-Pitcher ein, weil ich dem zutraue, dass, wenn der auf dem Mount ist, wenn der im Spiel ist, da lassen wir so gut wie gar keinen Hit zu und erst recht keinen Run. Ja, der bringt uns das Spiel nach Hause. Der wird unsere Führung nach Hause bringen. Das ist der Glauben, das ist die Aufgabe in den Closing-Pitcher. Wenn du hinten liegst im neunten Inning, ja, deine Mannschaft liegt, keine Ahnung, drei, fünf zurück, dann kommt auch im neunten Inning kein Closing-Pitcher. Der wird nicht spielen. Oder führst du unglaublich hoch, ja, keine Ahnung, du führst sieben zu drei mit deinem Team, dann wirst du im neunten Inning auch kein Closing-Pitcher verwenden. Dann wirst du irgendeinen Setup-Pitcher, Middle-Relief-Pitcher nehmen und der soll dann zu Ende spielen. Alles ist gut, ja, wir sind eh entspannt. Und sollte der dann strugglen, sollte einer von denen strugglen, dann kannst du ja immer noch den Closing-Pitcher nehmen. Also die Closing-Pitcher spielen theoretisch jedes Spiel. Praktisch tun sie es natürlich nicht, weil sie kommen eigentlich nur dann ins Spiel, wenn die eigene Mannschaft führt, aber sie führt eng, sie führt knapp und du sollst das Spiel deiner Jungs, die sich hier drei Stunden bemüht haben, du sollst das dann nach Hause holen mit einer supergeilen Performance beim Pitching und möglichst keinen Hits mehr für die Gegner. Das ist die Idee des Closing-Pitchers. So, also, das heißt, Starting-Pitcher haben wir jetzt drauf, Relief-Pitcher haben wir jetzt drauf, habt ihr jetzt gelernt, freue ich mich. Dann kommen wir mal zu Statistiken, weil der Baseball-Sport liebt Statistiken. Ich werde noch ein extra Video aufnehmen, nur für Statistiken, damit man zumindest die wichtigsten Statistiken mal versteht, weil die werden ja immer eingeblendet irgendwie im Fernsehen. Da kommen ja immer irgendwelche drei Buchstaben als Abkürzung und davor oder dahinter irgendeine Zahl. Und je besser man die lesen kann, desto besser für alle. Also desto besser kannst du einfach sofort verstehen, was ist denn das jetzt hier für ein Duell. Weil das habe ich euch am Anfang gesagt, die Statistiken, die eingeblendet werden, entweder für den Pitcher oder auch für den Mann, der am Schlag ist, das sind ja Statistiken, die oftmals auf dieses Duell einzahlen, wenn der Pitcher gegen den Better wirft. So, also, wir nehmen jetzt hier mal, ich habe jetzt mal wild irgendeine Statistik rausgenommen, hier von Garrett Coe von den New York Yankees. Gucken wir erstmal auf die rechte Seite, was steht hier GS, kann man sich vorstellen. Also, egal wann diese Statistik jetzt veröffentlicht worden ist, da auf dem Fernsehsender, der hat bisher 33 Spiele gespielt, das sind die Games. Und dann EP steht für Inning Pitched. Also, der hat bisher 209 Innings gepitcht. Und jetzt kommen wir zu diesen Statistiken, die ich euch hier nochmal auf dieser Seite erkläre. Und die aller, allerwichtigste Statistik für den Pitcher ist die ERA. Die ERA sagt Earned Running Average. Also, zuhören ist nämlich eine echt spannende und interessante Statistik, aber man braucht ein bisschen Hintergrundwissen. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass die meisten Starting Pitcher, oder generell die meisten Pitcher, ja nicht neun Innings pitchen. Die Starting Pitcher pitchen 4, 5, 6, die anderen 2, 3, oder der Closing Pitcher auch nur eine. So, also, das heißt, die allerwenigsten pitchen ja, oder eigentlich keiner, pitcht immer jedes Spiel neun Innings durch. Aber bei der ERA geht man statistisch davon aus, was wäre eigentlich, wenn du mit der Leistung, die du bisher gezeigt hast, immer neun Innings pitcht. Was wäre dann eigentlich? Wie viele Runs, also wie viele Punkte, wird die gegnerische Mannschaft dann machen, aufgrund deiner Leistung? Und je kleiner die Zahl ist, desto besser. Also, die ERA von Garrett Cole in diesem Beispiel ist 2,63. Das heißt, statistisch gesehen, wenn Garrett Cole pitcht in dieser Saison, und er würde theoretisch neun Innings pitchen, dann macht der Gegner in der Summe, also statistisch gesehen, 2,63 Runs. Ja, also zwischen zwei und drei Punkte würde dann der Gegner bekommen. Ihr merkt, ein Pitcher ist nie bei Null. Ja, es gibt nicht den perfekten Pitcher. Kein Stürmer beim Fußball trifft jedes Mal ein Tor. Und nicht jeder Torwart, auch kein Welttorhüter, verhindert jedes Tor. Geht gar nicht. Ja, und so ist beim Pitcher auch. Also, wenn deine Zahl hier klein ist, also, wenn deine 2 vorne ist, du lässt nur zwei Runs statistisch durch, dann ist das schon geil. Es gibt auch welche, die haben sogar eine 1 Punkt etwas. Das ist eine unfassbar gute Zahl. Aber ich würde mal sagen, überall, wo eine 2 steht, ist schon geil. Wenn da steht 3, oder wenn da stehen würde 3,63, also dann lässt du ja dreieinhalb Punkte zu, wäre das auch noch okay. Wäre auch noch okay. Ist auch noch eine Statistik, die absolut in Ordnung ist. Steht aber, würde da stehen 4,63, dann sagt man so, naja, das ist so eher eine mittelmäßige Leistung. Nochmal, viereinhalb Punkte gesehen auf neun Innings ist jetzt auch noch nicht die Welt. Ist akzeptabel, aber geil ist anders. Und wenn da dann steht 5,63 oder 6,63, dann würde man sagen, okay, der hat jetzt keine gute Saison. Also, je kleiner diese Zahl ist, Earned Running Average, je kleiner sie ist, desto besser ist sie. Jetzt kriege ich hier gerade einen Anruf, aber den kann ich jetzt leider gar nicht annehmen. Dann sehen wir hier auf meiner linken Seite, wie auch auf der rechten Seite, die Case, das sind die Strikeouts, die jemand geworfen hat. Also in diesem Fall hat Garrett Cole bisher 222 Strikeouts geworfen. Klingt für mich gut. Jetzt wissen wir natürlich nicht, zu welchem Zeitpunkt der Saison diese Statistik jetzt entstammt, ist die, ja, aber nach 33 Spielen 222 Strikeouts. Das bedeutet ja, so Pi mal Daumen, der hat so 8 Strikeouts pro Match, also pro Spiel, das ist schon stark. Also da würde ich sagen, das ist eine sehr starke Leistung. und was wir jetzt hier noch nicht sehen, ist BB, das ist Base on Balls, also wie oft hat er jemand geworkt, hat 4 Balls geworfen. Dazu habe ich euch ja in einem der vorigen Videos etwas gesagt. Das ist natürlich jetzt nicht so eine gute Statistik. Je mehr Strikes du hast, umso besser, je weniger BBs, also Base on Balls du hast, umso besser. Und bei Runs natürlich, wie viele Punkte hast du zugelassen, auch da. Je weniger, desto besser. Was ich jetzt hier so ein bisschen überflogen habe, ist eine mehr oder weniger neue Statistik. Baseball ist ja ein unfassbar traditioneller Sport, aber immer mal wieder gibt es so Schwankungen und Tendenzen, welche Statistik besonders gerade beliebt ist, bei den Fernsehkommentatoren, bei den Beobachtern des Sports. Und jetzt aktuell, so in den 20er Jahren, ist diese Statistik super beliebt. Betting averaged against. Das bedeutet, bei den ERA sind es ja die Runs, die reinkommen. Wie viele Punkte lässt du zu? Bei den Betting averaged against heißt das, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ, der am Schlag ist, jetzt den Ball trifft und auch mindestens ein Hit landet. Also mindestens als erste Base kommt. So, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Das ist ja immer noch nicht schlimm, wenn jemand am ersten Base ist. Dadurch hat der Gegner noch lange keinen Punkt bekommen. Aber man sieht natürlich, je höher diese Zahl ist, desto schlechter ist es, weil desto mehr Leute kommen on Base und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit, dass die mehr Punkte bekommen, mehr Runs bekommen. Je niedriger diese Zahl Betting averaged against ist, desto besser. Hier sehen wir die Prozentzahl 206, also die Amerikaner nehmen ja diese Prozentzahl immer in 1000. Bedeutet in diesem Fall, wenn wir das hier für uns europäisch aussprechen würden, 20,6 Prozent der Spieler, die an den Schlag gehen, treffen den Ball so, dass sie mindestens ans erste Base kommen. Bedeutet also, 20 Prozent bedeutet jeder Fünfte. Jeder Fünfte Spieler schafft das. Was auf der anderen Seite bedeutet, dass vier von fünf Spielern es noch nicht mal schaffen werden, ans erste Base zu kommen. Weil wenn Garrett Cole pitcht, nach dieser Statistik, 80 Prozent der gegnerischen Spieler kommen gar nicht erst ans erste Base, weil er so gut pitcht. Und deswegen ist es auch hier, je geringer die Zahl, desto besser. Je höher die Zahl, desto weniger gut ist sie. Okay, gut. Genau, das Bild wollte ich euch zeigen. Ist einer meiner absoluten All-Time-Lifetime-Lieblings-Pitcher gewesen, Closing-Pitcher der New York-Yankees, Mariano Rivera. Ich habe ihn live schon spielen sehen. Mein Sohn und ich, wir sind nachts aufgestanden, als wir wussten, er spielt sein letztes Spiel als Closing-Pitcher. Er ist eine Legende gewesen, nicht nur für die New York-Yankees, sondern für die ganze Baseball-Welt. Unter anderem auch deswegen, weil er der letzte Spieler war, der die Rückennummer 42 tragen durfte. Und es gibt so viele schöne Geschichten zu diesen Menschen. Und wenn du den hast spielen sehen, das war so geil für mich als Yankees-Fan. Die Yankees haben knapp geführt. Und dann siehst du im Bullpin, Mariano Rivera wirft sich warm. Dann ging es schon ein Raunen durchs Stadion. Oh, 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 cool. So, und dann haben wir geführt, meinetwegen nur mit einem einzigen Punkt. Und dann hat der Manager das Signal gegeben und hat gesagt, neuntes Inning, Rivera kommt auf den Platz. Und dann waren wir alle wie elektrisiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ gar nichts zulässt, war unfassbar hoch. Natürlich kann ich mich leider auch an das ein oder andere Spiel erinnern, wo er einen Homerun zugelassen hat und wo wir doch noch verloren haben. Aber es kam so selten vor. Meistens war das schon so, wenn die Leute da am Schlag standen vom Gegner und die sehen, fuck, Mariano Rivera kommt auf den Platz. Wusstest du, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier nichts holen werde, ist super hoch. Und deswegen wollte ich euch diese Legende hier noch einmal mitbringen. Zum Schluss möchte ich natürlich, wenn ich über Pitcher spreche, auch noch mal über das Pitching sprechen. Allerdings bin ich da echt nicht wirklich gut drin. Ich habe Baseball, also ich gucke Baseball seit über 20 Jahren. Und seit über 10 Jahren habe ich MLB TV als Pass und gucke mir so viele Spiele pro Saison an. Ich spiele das Spiel MLB The Show schon seit 15 Jahren. Also ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Pitches ich gesehen habe oder selbst im Videospiel geworfen habe. Und trotzdem, ich kann die Würfe optisch immer noch nicht erkennen. Vielleicht ist da irgendwie bei mir ein Knick im Auge, dass ich, ich bin vielleicht zu doof, ich weiß es nicht. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn du eine Fernsehübertragung siehst und da kommt so ein Pitch angeworfen mit 80, 90 Meilen, was richtig schnell ist. Und der Typ im Fernsehen, der sieht genau das, was ich sehe, aber sagt, ah, das war ein Change-Up, ah, das war ein Knuckle Curve, das war ein 4-Seam-Fastball. Da denke ich jedes Mal, fuck, ich habe das, ich gucke das seit 20 Jahren, zigtausend Würfel und ich kann das nicht sehen. So. Liegt aber höchstwahrscheinlich an mir. Das, was ich euch sagen kann, ist, jeder Pitcher hat unterschiedliche Wurftechniken und die Gegner, die am Schlag sind, die wissen natürlich um die Qualität des jeweiligen Pitchers. Baseball, ach was, ist ein Statistik-Sport. So, also du kennst natürlich die größten Statistiken deines jeweiligen Gegners. Wenn du am Schlag bist und du weißt, da kommt jetzt Clay Holmes auf den Mount oder kannst jetzt jeden Namen sagen, ist ganz egal, da kommt jetzt ein Verlander oder so, dann wissen die natürlich, der wirft oft diesen Wurf oder jenen Wurf oder den Wurf kann er besonders gut und diesen Wurf kann er nicht ganz so gut und da wartest du vielleicht drauf, bis vielleicht der kommt, wo er nicht so ganz gut ist und versuchst, den Ball dann zu treffen. Also jeder hat da so seine Technik. Die bekanntesten, es gibt auch da ganz viele unterschiedliche Wurfbezeichnungen und Techniken, da bin ich wirklich null Experte, aber ich habe euch hier mal so die bekanntesten mitgebracht, so ein Four-Seam-Fastball, das seht ihr hier, das ist ein Ball, der ist meistens der schnellste, der hat Ihr seht es hier im Durchschnitt zwischen 85 und 100 Meilen die Stunde, unglaublich schneller Ball und der geht ziemlich gerade. Also wenn dieser Ball geworfen wird, dann ist es ein gerader Wurf, da bewegt sich der Ball auch nicht so in der Luft, sondern der ist ziemlich straight und gerade, aber so schnell, dass die Wahrscheinlichkeit durch den Ball nicht triffst, weil wenn du dir schon überlegst, ah, da kommt jetzt ein Fastball, ja, dann ist der schon durchgeflogen, weil du hast keine Zeit zu überlegen, du musst das sofort erkennen, ja, das ist ein Four-Seam-Fastball. Ein Two-Seam-Fastball ist ebenfalls ein Ball, der ziemlich gerade geworfen wird, aber mit so einer leichten Neigung, aber auch noch relativ schnell zwischen 80 und 90 Meilen. Ein Curveball ist ein Ball, der sich senkt, ja, der nach unten geht, der in der Regel auch nicht ganz so schnell geworfen wird, aber auch da, natürlich, es gibt hier vielleicht auch absolute Heroes, sensationelle Pitcher, die einen Curveball auch mit 90 Meilen werfen können, wird es sich ja geben, aber in der Regel ist der Ball so ein bisschen langsamer und senkt sich. Der Slider, der verlässt die Flugbahn, wenn er aus dem Handschuh geworfen wird, geht ein bisschen nach links, geht ein bisschen nach rechts, der Change-Up auch wieder, der ähnelt, Der Change-Up ähnelt aber schon wieder sehr dem tüßigen Fastball, außer dass er nicht ganz so schnell ist. Ein Cutter ist ein Ball, der mitten im Flug irgendwie sich wegbricht und dann gibt es noch einen Knuckle-Curve und so weiter und so fort. Also, ehrlich gesagt, ich liebe diesen Sport schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten und ja, es hat meiner Liebe jetzt keinen Abbruch gegeben, dass ich nicht sofort erkenne, wenn ein Pitcher den Ball wie in der Hand hält, dass ich dann erkenne, wie der Ball geworfen wird. Aber die totalen Freaks, die gucken da natürlich drauf. Und wenn ihr wisst, dass so ein Pitcher, warte mal, hier, ne, hier, das ist gut. So ist ja meistens, so ist ja meistens die Bewegung eines Pitchers. Der hat, der hat jetzt schon, der Garrett Cole, wird den Ball jetzt schon irgendwie in den Fingern haben, ne, nur das siehst du halt als Pitcher nicht. Das siehst du nicht. Ja, das heißt, je länger der Ball hier im Handschuh bleibt, desto ätzender ist das für den, der am Schlag ist, weil er überhaupt nicht einschätzen kann, was kommt denn jetzt hier gleich für ein Wurf. Ne, wenn du dann erstmal richtig ausholst, wie jetzt Mariano Rivera, dann werden die Leute das schon sehen und glaubt mir, die absoluten Profis, die damit unfassbar viel Geld verdienen, die tierisch talentiert sind, die, die in der MLB spielen, die sehen diese Fingerbewegung und dann können die sofort erkennen, diese Fingerbewegung bei diesem Pitcher, das ist ein Splitter. Ich kriege jetzt gleich einen Splitter geworfen oder ich kriege einen Cutter oder ich kriege einen Curve. Es ist für mich weiter ein Buch mit sieben Siegeln, aber es ist so. Diese unterschiedlichsten Wurftechniken. Ich hoffe, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video euch die besondere Position des Pitchers ein wenig näher bringen. Ich hoffe, ihr habt jetzt erstmal verstanden, okay, warum gibt es Starting Pitcher und was sind Relief Pitcher und wann kommen die eigentlich ins Spiel und was sind die wichtigsten Statistiken von Pitchern und welche Würfe haben die drauf. Das alles wollte ich euch in diesem Video erzählen und ich hoffe, es ist mir gelungen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. An die Freaks und an die Nerds da draußen, wenn ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, schreibt es bitte in die Kommentare und wenn ihr irgendeine Frage habt, schreibt sie in die Kommentare oder wenn ihr auf meinem Discord seid, dann schreibt es gerne auch in den Discord. Und ich versuche das dann zu beantworten, entweder im Text oder ich mache nochmal ein neues Facebook Verstehen Video oder aber auch während ich MLB The Show 24 streame, dass ich dann auf die ein oder andere Frage dann nochmal konkret eingehe. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Dankeschön, dass ihr diesen Spaß wieder mitgemacht habt. Ein weiteres Video wird vorbereitet und da geht es um die wichtigsten Statistiken. Jetzt haben wir schon ein paar Pitcher-Statistiken heute gesehen, aber ich möchte euch auch natürlich die ganz wichtigen Statistiken at bat, also von den all den anderen Spielern, die hier auf dem Platz sind und die dann an den Schlag gehen, die möchte ich euch dann nochmal zeigen und werde nochmal aufs Scoreboard eingehen, weil das Komische ist, bei den Fußballübertragungen, bei den Baseballübertragungen, jeder Fernsehsender zeigt ein Scoreboard anders. Wie steht es gerade? Und das Geile ist, an den meisten Scoreboards, man kann nicht nur das Ergebnis sehen, wie beim Fußball 1-0, sondern du siehst nicht nur 1-0, sondern du siehst, okay, wie weit sind die, wie gut waren die Mannschaften, bisher ist irgendwas Besonderes passiert. Einige Fernsehsender zeigen da so viel mehr, nur auf ihrem Scoreboard und das würde ich euch auch mal erklären, weil die Jungs von MLB The Show und die Mädchen natürlich auch, also die Jungs und Mädchen von den San Diego Studios, von MLB The Show, die machen das halt auch so toll, dass sie immer wieder bei Spielen unterschiedliche Scoreboards zeigen, weil das halt in Real Life bei den Fernsehsendern auch so ist. Und damit ich euch mal so zeige, okay, was kann man da eigentlich erkennen, kommt noch ein letztes Baseball Verstehen Video, bevor dann am 15. März 2024, MLB The Show 24 erscheint. Damit wir schon mal uns um den Sport gekümmert haben, nicht um alles, das erkläre ich euch ja in der Premierenfolge, da sage ich, ja, ich habe zum Beispiel kein Video jetzt vorbereitet, was super spannend wäre, also Bases stehlen. Wie stiehlt man ein Base und was ist darauf, was muss ein Pitcher beachten, was muss ein Runner beachten, was muss ein Defense-Spieler am Base beachten. Ja, dazu könnt ihr vielleicht auch nochmal ein Video machen, fällt mir jetzt in dieser Sekunde ein, aber das mache ich jetzt nicht mehr vor dem 15. März, mache ich vielleicht später, aber damit ihr die wichtigsten Dinge schon mal wisst und die wichtigsten Unterschiede, dafür ist das hier gedacht. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit nehmt, das wertschätze ich sehr. Danke für euer Interesse und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss, aus Hamburg.